Was ist der Psalm 95? Die Katechesen haben den Untertitel, was das Stundengebet bedeutet. Ich denke, es ist am Psalm 95 schon klar geworden, dass es nicht nur um den einzelnen Psalmtext geht, sondern um die Art und Weise, wie er verwendet wird und wie er in dem gesamten Kontext des Gebets steht. Also bei Psalm 95, der das Offizium des Tages in der Regel eröffnet, die Frage dahinter, wer ist der Mensch vor Gott? Was richtet dieser Psalm über meine eigene Existenz aus? Was sagt er über meine Identität als Christ? Wir können im Grunde genommen an das gesamte Gefüge des Stundengebetes oder, wenn man lieber sagt, Tagzeitenliturgie, diese Frage stellen. Weil die Anordnung des sogenannten Offiziums oder Stundengebetes immer darauf eine Antwort versucht. Zumindest bei den alten Ordnungen gilt das. Bei den neueren habe ich meine Zweifel. Aber wir wollen uns nicht mit dem Gesamtgefüge befassen, sondern schauen auf einen Psalmtext und auf seine Ausstrahlung. Wenn wir über Psalm 51 reden, müssen wir uns am Beginn oder zu Beginn mit einer biblischen Geschichte befassen. Und ich denke, so viel Zeit muss sein, dass wir diese biblische Geschichte noch einmal anhören. Ich weiß wohl, dass nach dem Verdikt der Benediktsregel diese Geschichte nicht geeignet ist, am Abend gelesen zu werden. Aber nachdem wir nicht so ganz früh schlafen gehen, sollte sie uns nicht allzu sehr durcheinander bringen. Um die Jahreswende, so lesen wir im zweiten Samuelbuch in Kapitel 11, um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David den Joab mit seinen Männern und ganz Israel aus. Und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Rabba. David selbst aber blieb in Jerusalem. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte ihm, das ist Batsheba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethitas Uriah. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Die Frau war aber schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm mitteilen, ich bin schwanger. Darauf sandte David einen Boten zu Joab und ließ ihm sagen, schick den Hethiter Uriah zu mir. Und Joab schickte Uriah zu David. Als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe. Dann sagte er zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasch dir die Füße. Uriah verließ das Haus des Königs und es wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Uriah aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtete David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David zu Uriah, bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen? Uriah antwortete David, die Lade und Israel und Judah wohnen in Hütten und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Darauf sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier. Morgen werde ich dich wegschicken. So blieb Uriah an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden Tag lud David ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken und machte ihn betrunken. Am Abend aber ging Uriah weg, um sich wieder auf seinem Lager bei den Knechten seines Herrn niederzulegen. Er ging nicht in sein Haus hinab. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Er schrieb in dem Brief, Stellt Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und den Tod findet. Joab hatte die Stadt beobachtet und er stellte Uriah an einem Platz, von dem er wusste, dass dort besonders tüchtige Krieger standen. Als dann die Leute aus der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, das heißt von den Kriegern Davids. Auch der Hethiter Uriah fand den Tod. Joab schickte einen Boten zu David und ließ ihm den Verlauf des Kampfes berichten. Und er befahl dem Boten, wenn du dem König alles über den Verlauf des Kampfes bis zu Ende berichtet hast und wenn dann der König in Zorn gerät und zu dir sagt, warum seid ihr beim Kampf so nah an die Stadt herangegangen? Habt ihr nicht gewusst, dass sie von der Mauer herabschießen? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, erschlagen? Hat nicht eine Frau in Tebetz einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabgeworfen, sodass er starb? Warum seid ihr so nah an die Mauer herangegangen? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht der Hethiter Uriah ist tot. Der Bote ging fort, kam zu David und berichtete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Der Bote sagte zu David, die Männer waren stärker als wir und waren gegen uns bis aufs freie Feld vorgetrungen. Aber wir drängten sie bis zum Eingang des Tores zurück. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, sodass einige von den Knechten des Königs starben. Auch dein Knecht der Hethiter Uriah ist tot. Da sagte David zu den Boten, so sollst du zu Joab sagen, betrachte die Sache nicht als so schlimm, denn das Schwert frisst bald hier, bald dort, setz den Kampf gegen die Stadt mutig fort und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie für ihren Gemahl die Totenklage. Sobald die Trauerzeit vorüber war, ließ David sie zu sich in sein Haus holen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte. Darum schickte der Herr den Nathan zu David. Dieser ging zu David und sagte zu ihm, in der Stadt lebten einst zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Und da sagte Nathan zu David, du selbst bist der Mann. Wenn wir morgens diesen Psalm beten, dann haben wir in der Regel erst mal Vers 3, den Beginn. Die Überschrift, die ersten beiden Verse sind im Gebet nicht inbegriffen. Da steht nämlich, als der Prophet Nathan zu David kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war oder gegangen war. Wir haben die Geschichte gehört. Ehebruch und heimtückischen Mord. Was haben wir denn damit zu tun? Kommt wahrscheinlich in den seltensten Fällen vor bei uns, die wir hier sitzen oder die diesen Psalm morgens beten. Soll vorkommen, aber doch eher selten. Ehebruch und Mord. Warum? Was sollen wir mit einem solchen Psalm anfangen? Wenn wir den Psalm selber hören, ich habe zwei Übersetzungen abgedruckt. Finden Sie auf dem Blatt einmal die, die wir hier verwenden, die Münster-Schwarzacher-Übersetzung. Und dann mit einer kleinen Auslassung am Ende, wo die Exegeten sagen, das ist eine spätere Hinzufügung. Aber der Großteil ist da, in der Übersetzung von Fridolin Stier, jenem großen, berühmten Alttestamentler aus Tübingen. Da ist der ganze Psalm auch mit der Überschrift. Wir hören dem Psalm einmal zu, dem Chorleiter einem Psalm Davids, als zu ihm der Prophet Nathan kam, nachdem David zu Bathsheba gegangen war. Gnädig sei mir, O Gott, in deiner Huld. In deines Erbarmens fülle, lösche meine Abtrünnigkeiten. Völlig wasche mir weg meine Schuld. Von meiner Sünde reinige mich. Denn meine Abtrünnigkeiten, ich, ja, ich erkenne sie. Meine Sünde ist mir stets zugegen. An dir allein habe ich gesündigt. Das Böse in deinen Augen, ich habe es getan, sodass du gerecht erscheinst in deinen Reden, lauter in deinem Richten. Denn in Schuld hinein, ich ward unter Wehen geboren. In Sünde hinein, meine Mutter in Gier mich empfing. Wenn du Treue verlangst in verborgenen Dingen, Weisheit in Geheimen zu erkennen mir gibst, entzündige mich mit Üsop, das rein ich werde. Wasche mich, das weißer ich werde als Schnee. Lasse frohlocken und Freude mich hören, jauchzen die Gebeine, die du zerschlagen. Verhülle dein Antlitz vor meinen Sünden und all meine Verschuldungen lösche. Ein reines Herz erschaffe mir, oh Gott, und neuen, beständigen Geist leg in mich hinein. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Kehr wieder das Frohlocken deiner Rettung mir zu und mit willigem Geiste stütze mich. Abtrünnige will ich deine Wege lehren, dass Sünder umkehren zu dir. Aus Bluttaten reiß mich heraus, oh Gott, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit preise. Herr, öffne meine Lippen, das künde mein Mund deinen Ruhm. Denn nicht an Schlachtopfern hast du gefallen und bräch dich ein Brandopfer, du nimmst es nicht gnädig. das Schlachtopfer Gottes ist erschütterter Geist. Ein erschüttertes und zerschlagenes Herz, das wirst du, Gott, nicht verachten. Das ist das große Gebet, das David nach dieser Geschichte spricht. Und das zweite Samuel-Buch weiß zu berichten, dass dieses Gebet Gott wohlgefällig war. Und dass bei aller Bestrafung das Kind stirbt, dass bei aller Bestrafung der Prophet Nathan, dem König David, ausrichten kann, deine Sünde, der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Wenn man die Abfolge im zweiten Samuel-Buch lest, wenn wir das als Lesung hören, ist es ohnehin ein bisschen gekürzt. Und dann geht das sehr schnell. David Bussow, und dann ist seine Sünde vergeben. Man muss sozusagen diesen Psalm dazwischen schalten, mit allem, was er bedeutet. Wir haben die Geschichte gehört, wir haben den Psalm gehört. Ich möchte einen Schritt zurückgehen. Einen Schritt zurückgehen mit einer ganz bestimmten Frage, nämlich der Frage, wie beginnt Gottesdienst? Wir bleiben beim Thema. Aber wie beginnt Gottesdienst? Das scheint eine banale Frage zu sein. Ist es aber keineswegs. Darüber nachzudenken ist keine Kleinigkeit. Es darzustellen ist keine Kleinigkeit. Und wir haben leider nicht heute Abend, auch beim nächsten Mal nicht die Zeit, weil es uns ja um das Stundengebet und Psalm 51 auch geht. Das ganze Panorama abzuschreiten, das der Benediktiner Angelus Häusling in einem sehr tiefgehenden Aufsatz dargelegt hat, mit dieser Frage, wie beginnt Gottesdienst? Nur einige kurze Punkte. Wir kennen das Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für den Beginn des Gottesdienstes. Aller Anfang ist schwer. Wir merken das, wenn wir unseren Blick mal ausweiten auf die Messfeier. Da haben wir ein anderes Gefüge als beim Stundengebet. Bei der Messfeier kommt etwas Schwieriges hinzu. Wir haben eine andere Konstellation. In der Messfeier versammelt sich die Gemeinde der Getauften und Gefirmten und es tritt hinzu das apostolische Amt. Es kommt von außen. Deshalb gibt es einen Einzug. Der vom Bischof beauftragte Amtsträger oder der Bischof selber tritt zur Gemeinde heran. Und es gibt eine Reihe von Legitimations- und Grußformeln. Wie etwa diese Formel der Herr sei mit euch. Oder die alte Formel, mit der die Eucharistiefeier eigentlich beginnt. Sursum beim Stundengebet oder bei der Tagzeitenliturgie ist es anders. Hier haben wir im Grunde genommen zunächst einmal keine hierarchische Struktur. Wir konnten auch sagen, der Klerus spielt da keine Rolle. Das ist interessanterweise eine Frucht der liturgischen Reform aus den 70er Jahren, dass es wenn man so will eine Klerikalisierung des Stundengebetes gibt, in dem der Priester immer aufgefordert ist, die Oration zu sprechen und am Schluss den Segen zu geben. Wir machen das hier nicht, weil es eigentlich unnötig ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich gefressen, wenn das jemand hört, aber das Stundengebet hat in sich nicht diese Struktur. Bei der Messe ist das anders, bei der Eucharistiefeier. Ich habe das eben kurz gesagt. Aber auch wenn wir aufs Stundengebet schauen, sehen wir sehr differenzierte Formen des Beginns. Wir kennen etwa gerade hier in der alten gallischen Liturgiefamilie einen Beginn, der eigentlich mit der Messe gleich ist, nämlich die schlichte Anaklese, die Anrufung des Gottesnamens oder des Namens Christi, Kyrie Eleison. In seiner liturgischen Ordnung erwähnt Cäsarius von Arl das als Eigenart dieser Gegend, besonders in der Osterzeit. Wir kennen die alte monastische Form, die von Johannes Kassian anherkommt. Dem Psalmvers Deus in Adjutorium meum intendo. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Sozusagen die schnörkellose Bitte, ist im Kyrie eigentlich noch kürzer, um Anwesenheit des Angerufenen. Wir kennen allerdings am Morgen noch eine andere Form, nämlich den sogenannten Versus Aperitionis. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Der oberflächliche Blick sagt, Versus Aperitionis heißt, die Mönche haben in der Nacht die Klappe gehalten, sie hatten das nächtliche Schweigen, also muss am Morgen sozusagen der Mund wieder entschlüsselt werden, er wird wieder aufgemacht, dürfen sie wieder sprechen. Das ist eine oberflächliche Beobachtung. Diese oberflächliche Beobachtung hat im Lauf der Geschichte sogar am Abend dann zu einem Versus Conclusionis geführt, also da wird der Mund verschlossen. Und es geht natürlich auf die Mönchsregeln zurück, aber dieser Vers, der ein Zitat aus Psalm 51 ist, hat eine andere Funktion, als sozusagen nur lediglich das nächtliche Schweigen zu beenden. Man spricht in der Liturgiewissenschaft von einer Prolepse, einer Vorwegnahme. Es ist eine Kurzfassung des Psalms, der dann hinterher als erster Psalm in der Morgenhohe eigentlich folgt. Natürlich, wir haben das Invitatorium, wir haben Psalm 95 die letzten beiden Male angeschaut, aber der erste Psalm der Morgenhohe ist klassisch, sowohl an den Werktagen wie sogar am Sonntag, dem Herrentag, Psalm 51. Leider hat das die letzte Reform nicht überlebt, diese alte Ordnung. Immerhin bleibt der Psalm 51 besonders, weil er jede Woche, also man hat das Psalterium auf vier Wochen gestreckt, so sollte das sein, das ist in den Texten des Zweiten Vatikanen schon ausgesagt worden, nicht so viel Text, man muss den Psalter strecken, bestimmte Texte werden dann durch die Entscheidung Paulsussexten sogar weggelassen, aber Psalm 51 kommt jeden Freitag in den Laudes vor, immerhin, also jede Woche, aber dadurch, dass er am Freitag vorkommt, bekommt er eine andere Funktion, er gehört traditionell zu den Bußpsalmen, ich komme darauf ganz am Ende noch, aber Psalm 51 ist mehr als ein Bußpsalm. Dass er am Freitag im Offizium eingesetzt wird, am Tag des Todes Christi, engt ihn sozusagen ein, aber wir werden sehen, dass das noch mehr ist. Mit der Frage, wie beginnt Gottesdienst, darauf gibt der Psalm 51 eine Antwort. Wir wissen, dass das schwer ist, wie Gottesdienst beginnt, wir erfahren es natürlich, weil leider Gottes Stundengebet Tagzeiten nicht mehr zu unserem normalen Erfahrungsbereich in einer christlichen Gemeinde gehört, anders als noch im Altertum, anders als in der Ostkirche, sind wir vollkommen auf die Messe fixiert oder auf inzwischen Derivate Formen der Messe, der sogenannte Wortgottesdienst, das ist ja sozusagen Messe minus Eucharistiefeier, manchmal sogar mit Eucharistie, es ist sehr fantasielos, was da oft gefeiert wird, weil es sozusagen nur eine minimierte Messe ist, dabei hat die Kirche so viele andere Ausdrucksformen im Gottesdienst, die alle inzwischen absterben, schade, aber wir sehen natürlich die Schwierigkeit des Beginns des Gottesdienstes, wir sehen es hauptsächlich bei der Messe und ich muss selber sagen, wenn ich zelebrant bin, das ist sehr schwierig anzufangen, weil die Liturgiereform gibt uns die Möglichkeit, uns plötzlich zu äußern. Ich bin darüber nicht glücklich. Das fängt dann bei persönlichen Statements an und geht über Wünsche und Grüße bis hin zu ganz persönlichen Erlebnisberichten oder dass man vorwegnimmt, was die Gemeinde eigentlich später hören soll. Ich halte das für eine ganz subtile Form der Entmündigung von Gemeinde, wenn man den Leuten erzählt, weil ich ja den Wissensvorsprung habe, was heute in der Lesung kommt. Ja, es hören doch anschließend alle, warum muss ich das vorweg erzählen? Ich muss ja keine Zusammenfassung geben, ich muss keinen Hinweis geben, wir hören heute im Evangelium das. Warum sagt man das nicht in einem kurzen Wort der Homilie? Es kommt, glaube ich, es ist natürlich ohne böse Absicht, es kommt aus einer Verlegenheit. Und es wird natürlich in den Priesterseminarien leider Gottes so eingeübt, weil die jungen Herren sollen noch nicht predigen, also gibt es am Anfang eine Statio und leider Gottes diese Unart einer Statio wird ein Leben lang beibehalten, als bliebe man ein Leben lang Seminarist und predigt nicht an der richtigen Stelle, sondern verbreitet sich am Anfang wortreich, meistens nicht sagend, aus Verlegenheit. Wie beginnt Gottesdienst? Den klassischen Beginn der römischen Messe sehen wir am besten, wenn auch nochmal mit einer eigenen Färbung am Karfreitag. Da hat sich der alte Beginn der römischen Messe erhalten. Einzug und anstelle des Kyrie, weil man das am Karfreitag nicht singt, kommt die Prostratio und dann das Gebet, das sogenannte Tagesgebet, Kollekta, Ende. Das ist der Beginn der alten römischen Messe. Das kann man besser nicht machen, wenn man sich ans Messbuch hält. das geht nicht stärker. Wie beginnt Gottesdienst? Am Morgen mit der Vorwegnahme, mit diesem Zitat aus Psalm 51, Herr, öffne meine Lippen an allen Tagen und mein Mund wird deinen Lob verkünden und mein Mund wird deinen Ruhm, dein Lob verkünden. Damit ist schon, der ganze Psalm steht schon im Raum. Die ganze Situation und nochmal die Frage, müssen wir denn so morgens anfangen? Dieses Zeug von Ehebruch und Mord, ist das denn unsere Situation? Wir sollen uns ja damit identifizieren. Es soll ja unser Wort sein, es soll unser Gebet werden, es soll unsere Morgen Hohre sein. Mord und Ehebruch, ach du große Leute. Wenn wir eben dem Psalm zugehört haben, merken wir, dass die Geschichte, die wir vorher gehört haben, im Psalm keine Rolle mehr spielt. Ach, komm, nimm mir das nicht krumm, dass ich da irgendwie so lüstern war und dass ich mit der Batsche mal ein Techtel Mechtel hatte. Das kommt alles überhaupt nicht vor. Das heißt, der Psalm ist größer als die konkrete Situation. Der Psalm bietet mehr Identifikationsmöglichkeiten, als diese konkrete Geschichte. Wenn wir einmal hingehen und ich fordere ja immer dazu auf, dass man ein Exemplar der Heiligen Schrift hat, in dem man wirklich arbeitet, mit Buntstiften oder mit sonst irgendetwas. Normalerweise soll man auch mit der Heiligen Schrift, auch mit der gedruckten eigentlich ehrfürchtig umgehen, aber man braucht ein Arbeitsexemplar, wenn man sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Und wenn Sie das nicht mögen oder wenn Sie es sozusagen ist mir zu wertvoll oder ich habe nur so eine ganz teure, dann nehmen Sie wenigstens dieses Blatt und machen sich einmal das Vergnügen und unterstreichen oder ringeln ein oder markieren alle positiv konnotierten Worte in diesem Psalm. Alle, die positiv sind. Wie Güte, gnädig, erbarmen. Wenn Sie das durchgehen, dann wird der Text ganz bunt und Sie merken plötzlich, also nur so als Bußpsalm. Der Psalm hat auch ein anderes Gesicht. Er zeigt das Gesicht des Erbarmens Gottes. Das müsste eigentlich der Psalm für das Heilige Jahr der Barmherzigkeit sein. Und zwar eben nicht nur als Bußpsalm. Dass wir ein Kreuz machen auf den Mund, wenn wir singen, Herr, öffne meine Lippen, ist sozusagen ein Vollzug des Ostergedächtnisses, des Pascha-Mysteriums. Tod und Auferstehung Christen. Herr, öffne meine Lippen. Ich bin in den Sünden tot, wie Paulus sagt, aber ich bin eben aus diesem Sünden Dreck durch das Erbarmen Gottes herausgerissen. Immer wenn wir ein Kreuz machen, ist das eine Art Taufgedächtnis. Die Signatur, die wir tragen seit der Taufe. Wenn die Mönche zum Friedhof ziehen, den Leichenarm in ihrer Mitte, singen sie auch ein Zitat aus diesem Psalm. Et exultab und ossa humiliat. Eine ganz schöne, ganz einfache Antiphon mit diesem Psalm. Aber auch nicht als Bußpsalm, sondern als Ausdruck der Auferstehungshoffnung. Und die Gebeine, die du verschlagen hast, werden Jubel. Mitten in diesem Psalm. Psalm.